Na, da haben wir ja ganz gut abgesagt und die Schrammen halten sich auch im Gänzen. Gar kein schlechtes Ergebnis für eine zufällige Begegnung. Da wäre es doch nicht schlecht, was sich auf Dauer zusammenzutun. Was haltet ihr davon? Ja, eine großartige Idee. Wir kommen an Bord. Tut mir wirklich leid, aber ich habe alles, was ich brauche. Lächerlich, wofür sollte ich euch brauchen? Unsere Arbeit ist getan, also verschwindet. Es tut mir leid. Ach ja, so wie gewonnen, sozeron. Schade. Man findet selten so nette Kollegen in diesem Beruf. Macht's gut. So. Und dann brauchen wir hier draus. Das Teleskop. Und dann verschwinden wir auch gleich. Die anderen Dinge fassen wir gar nicht erst an. So. Und dann sind wir auf der anderen Seite von Gott, äh Halle angekommen. Und dann schauen wir uns erst mal hier unten rum. Hier gibt es auf jeden Fall sehr moderne Laternen, muss ich sagen. Was kann ich mal überlegen? Ja, das war die Dibes-Gilde. Das ist eine neue Rüstung, ein Auftragsmord. Ein Hornlauf, was ich noch bringe. Okay, gucken, wo ich den finde. Das ist der Bergkost. Iago ist der in der... ...auf dem Schiff. Da muss ich in die Kanonisation führen. Der Kranke. Ja, das Eisenton ist die Hauptquist. Einmal in der Halle der Wunde hatten wir. Ja, das ist das mit dem Gift. Ja, da muss ich zum feiernden Stör. Und die sieben Sonnen und die gefangenen Lümpfe. Hallo Dun, ehemaliger Händler zur Dienstung. Was kann ich für euch tun? Wie genau wird man eigentlich ehemaliger Händler? Also zunächst einmal werdet ihr Händler, dann werdet ihr Glücksspieler. Dann verwendet ihr euer Geschäft auf einem Würfelspiel. Dann verliert ihr uns schon seit dem ehemaliger Händler. Nächste Frage. Könntet ihr mir sagen, wo die guten Läden in der Stadt sind? Es gibt keine guten Läden in der Stadt. Nö, denkt nicht einmal dran. Besonders die Läden von den sieben Sonnen und der Händlerliga kann man vergessen. Was stimmt denn nicht mit den sieben Sonnen und der Händlerliga? Mit diesen Leuten habe ich früher gespielt, aber das stimmt fast nicht. Ich bin bei ihnen bis über beide Ohren verschuldet, aber nichts passiert. Keine große Kerle mit Köln, die mitten in der Nacht an meiner Türe hämmern. Kein Gift in meinem Bier, nichts. Es ist fast so, als hätten sie das Ganze vergessen. Nur ich habe mich meinen alten Kumpel L. auf der Straße getroffen, habe ihm direkt in die Augen gesehen und er hat mir noch nicht mal eine runtergehauen. Er sah nur auf einmal richtig nervös aus, als hätte er am Hochzeitstag den Namen seiner Frau vergessen oder so. Merkwürdig, sage ich euch. Ah, das ist ein Tagebucheintrag, oder? Neuer Tagebucheintrag, die sieben Sonnen. Ah, das ist dann doch hier. Ja. Und versuchen sie nicht mehr, ihr Geld anzufordern. Ganz im Gegenteil, sie wirken fast ängstlich, wenn er sich ihnen nähert und ihre Aufmerksamkeit sucht. Bisher sehe ich zwar keinen Zusammenhang zwischen diesen Beobachtungen und meinen Nachforschungen, aber das Ganze war von Anfang an motiviert von Gier, Geschäft und Geld. Wenn Hintergruppen in der größten Stadt der Region sich verdächtig verhalten, sollte ich das also lieber zur Kenntnis nehmen. Hm. Gut. Hier ist die Stadtbauer. Ach, was ist hier? Ach, das Haus der Dame ist hier. Hier soll ich den Schädel hinbringen. Bitte, würde ich mir einen Moment zuhören? Mein Name ist Vaki und ich habe gehört, dass ihr manchmal Menschen unterhält, natürlich für ein Endgeld. Bitte würdet ihr euch mit meinem Herrn in seinem Haus treffen. Mein Herr würde euch erklären, was zu tun ist. Bitte, es geht um Demontod. Äh, vergeude nicht unsere Zeit, geht hinweg. Ich werde keinen Fehlergruppen machen, bevor ich nicht mehr weiß, worum geht es. Es ist mir ausgesprochen peinlich, euch überhaupt um Hilfe zu bitten. Bitte macht meine Torheit nicht in der Öffentlichkeit bekannt. Unsere Wörter können an unsichtbaren Ohren dringen und unsere Sache wäre verloren, wenn sie bekannt würde. Mein Herr würde euch als erzählen, er ist oberster Priester beim Tempel von Timur und will für große Diskretion sorgen. Dann geh voran, ich werde dir folgen. Oh, ausgezeichnet, vielleicht kann ich hier nicht doch noch den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gut machen. Hier entlang, ich zeige euch den Weg zum Haus meines Herrn. Ja, das ist einfach hier. Das Häusle. Und schon haben wir alles aufgedeckt. Und ich sage, geben wir erst in den Tempel der Dame, geben den Schädel ab. Wie ist mein Ruf eigentlich zur Zeit? Neun. Den sollten wir noch etwas verbessern. Ihr braucht nur zu fragen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Der Schädel von Keref, er war vor langer Zeit hier Priester und Timur hat den Reich gesegnet. Vielleicht zu reich. Einige Leute wurden neidisch, einige wurden seine Feinde. Dann kam die Nacht, in der wir ihn fanden. Sein Körper war vollkommen verstümmelt und sein Kopf fählte. Sein Worte wurde nie gefunden und niemand hat hier danach gefragt. Diesen Form der Vergeltung überlässt man besser Timura. Möglicherweise ist das ihre Vergebung. Wer weiß, geht hin im Glück von Timura. Nur da der Schädel von Keref in der Hand eines Anhängers von Timura ist. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ihr Hornoxen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Nur da der Schädel von Keref in der Hand eines Anhängers von Timura ist. Ja, mein Freund? Das Glück der Dame sei mit euch. Was hast du zum Anbeten? Willkommen selig sind die, die in ihren Schoß aufgenommen werden. Denn ihnen wird ihre Fürsorge zuteil. Selig sind die, die Wagemut zeigen, denn auf sie wird ihr Licht scheinen. Mach's immer hier mal wünscht, wir benötigen nur eine kleine Spende. Ja, der hat auch das Übliche. Ihr braucht nur zu fragen. So, das heißt, wir reden mit ihm jetzt. Ich kann nichts tun, aber ich muss etwas tun. Ich kann nichts tun, aber wer nicht wagt, er nicht gewinnt. Ich kann nichts tun, doch ich muss etwas tun. Das ist ein Wagnis und ein Wagnis ist alles. Marzi, wen hast du da mitgebracht? Ich habe dir doch gesagt, dass ich allein mit meinen Gedanken sein will. Eure Verstand weiß es ebenso, wie ich es weiß. Ihr könnt es nicht verleugnen. Wir brauchen Hilfe von außen. Und mir ist zu hohen, dass diese Gruppe ausgebrochen gut sein soll. Später kannst du mir erzählen, wo du solche Sachen aufschnappst. Für den Moment hier doch hast du recht. Wir brauchen Hilfe. Und keiner vom Klerus darf davon wissen. Ich grüße euch alle. Ich bin da oberste Priester Tremim Veldar, ein bescheider Diener unserer lächelnden Tymora. Meine Bitte an euch ist sonderbar und sehr gefährlich. Ich werde euch nicht darauf drängen, wenn ihr sie als Wackheitssicht betrachtet. Ich möchte, dass ihr das Haus der Wasserkönigin betretet und den Leichnam meines Sohnes holt. Er und Wazir haben ihn in ihrer rastlosen, naturfreien Lauf gelassen und sich in diesen Ort eingedrungen. Dafür mussten sie teuer bezahlen. Wir dachten, es wäre ein Spaß, ein bisschen Unruhe unter den Untertanen von Ambali zu stiften. Aber als wir erwischt wurden, war es dann nicht mehr spaßig. Wir sind beide gerannt, ich bin entwischt, Kasson nicht. Sie töteten ihn, als wir zu entkommen versuchten. Eine harte Strafe war einfach im Streich, aber das Verrechtliche in dem Betreten eines heiligen Ortes, welchen Glaubens auch immer, ist kein geringfügiges Verbrechen. Ihr müsst ein Leichnam zu mir bringen, damit ich ihm das Leben zurückgeben kann. Wenn ihr mir ihn bringt, werde ich euch belohnen, gleichgültig, ob ich ihn wieder ins Leben erwecken kann oder nicht. Was sagt ihr dazu? Ihr seid ein bedeutender Mann. Warum organisiert ihr nicht eure eigene Tempelbruderschaft für die Rettung? Eine kluge Frage. Der hohe Priester Katalas hat entschieden, dass Kasson das Risiko wissen, die ich auf sich nahm und so dann das Schicksal sein Lauf nahm. Da Timora die Dame des Glücks ist, müssen wir dieses Schicksal offiziell akzeptieren. Ich bin jedoch anderer Meinung. Obwohl Kasson ein Wagnis unternahm und versagte, kann ich doch keinen Grund finden, warum wir nicht das Risiko seiner Rettung eingehen sollten. Für mich macht es keinen Sinn, dass Timora ihren Dienern die Kraft zugesteht, Tote zum Leben zu erwecken, wenn die Anwendung dieser Kräfte sie zu erzürnen würde oder dies eine Einmischung in das Schicksal anderer wäre. Nun, ich finde mich in einer Position, in der ich gegen die Wünsche meiner Kirche handeln muss, jedoch nicht gegen den Geist dieser Kirche. Es scheint mir, dass ich mehr darum besorgte, nicht den Zorn der Anhänger der Göttin Ambali auf sich zu lenken, als dem Abenteuergeist zu folgen. Ich möchte den Klerus der Kirche verärgern, wer mir helft, doch ich glaube, dass Timora als Mitwohlwollen betrachten wird. Ich habe nicht die Absicht, den Zorn eines Tempels oder Gottes auf mich zu ziehen. Euer Angebot werde ich nicht annehmen. Ihr weiß, was für eine Bezahlung ich erwarten kann. Diesen Hauptsatz werde ich nicht annehmen, bevor ich nicht weiß, was er wert ist. Du könntest nur daher, es wäre eine Schade, sein Leben aus Jugendlichen Leichtsinn zu verspielen. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Kassel hat diesen Weg aus freiem Willen gewählt. Ich werde mein Leben nicht riskieren, um das zu retten, was er verschwendet hat. Fangen wir, was es wert ist. Meine Position im Tempel erlaubt, es bin ich große Reichtümer anzusammeln. Doch meine ich ein Abenteuer vor euch hat Nachricht im Austausch für unseren Segen übermittelt. Ich kann euch eine kleine Summe Geld anbieten, dazu einen magischen Gegenstand, der mir von einem dieser Gruppen gegeben wurde. Ich hoffe, das reicht. Ja, dann helfen wir mal. Es besteht noch Hoffnung für meinen Sohn. Ich kann euch nicht sagen, in welchem der Tempel von Amber in Kassel liegt. Und ich rate euch, vorsichtig zu sein. Sie mögen unfreundlich erscheinen, doch lernt man sie erst näher kennen. So, dann weisen sie sich durch und durch als herzlos. Bitte beeilt euch. Ihr braucht nur zu fragen. Ja. Ja. Tremains Sohn. Ich habe Tremain Belder versprochen, sein Sohn aus der Tempel von Amber in der Nähe in den Docks zu retten. Tremain ist in seinem Haus gleich nördlich vom Haus der Wunder zu finden. Ich werde mich in Hand umdrehen darum, worum ihr braucht nur zu fragen. Hast du vielleicht den Einhornlauf hier rumliegen? Westliche Herzlande. Zentarim. Zentarim ist übrigens auch eine sehr interessante Geschichte. Die Geschichte der Zentarim. Der Wert des zweiten Zents. In den Reichen herrscht große Verwirrung im Hinblick auf die Zentilfeste und den nicht ganz so geheimen Bund des sogenannten Schwarzen Netzwerks auch Zentarim genannt. Also das ist der Schwarzmarkt so gesehen. Die beiden sind so eng miteinander verbunden. Das redet man von einem, meint aber das andere, der Zuhörer trotzdem das Richtige versteht. Ganz angewandt stehen beide Begriffe für Schwierigkeiten. Die Zentilfeste ist eine befestigte, unabhängige Stadt an dem westlichen Ufer des Bodensees. Sie ist eine der schrecklichsten Städte in den Reichen, ein Fluch im Norden und eine Anlaufstelle für üble Gruppen, intrigante Verschwörer, schwarze Religionen und hinterhaltige Praktiken. Ihre Herrscher wollen die Vorherrschaft und die umliegenden Länder einschließlich der Drachengradberge, Jula, Schwonla und der benachdachten Tela erlangen. Die Zentilfeste und ihre Armeen, bekannt als die Zentila, um die Dinge noch verwirrender zu machen, haben Teshtan zerstört, sind dabei Dolchtal zu zerstören und hatten lange einen Spion, der Schattental regierte.